Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer Rad Schneeschaufel, der sichersten und schnellsten Schneeschaufel der Welt von Structured Solutions 2. Unsere Wobel- und Snowwolf-Radschaufelmarken können Schnee bis zu einer Höhe von 65 cm räumen und sind somit weniger Aufwand 2-3 Mal so schnell wie herkömmliche Schneeschaufeln. Ohne Benzin zu gebrauchen, überbieten Sie sogar die meisten Schneeblasgeräte. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, das ganze Video anzuschauen. Anweisungen zum Zusammenbau und Tipps zur Einstellung befinden sich am Ende des Programms. Und beachten Sie bitte, nicht alle Abbildungen in diesem Film entsprechen Ihrem Schneeschaufelmodell. Dieses Video behandelt nämlich alle Modelle SW0107, W0208 und SW0208, leicht am Produktlabel zu erkennen oder daran, wie die oberen und unteren Teile in dieser Anleitung zusammengefügt werden. We sometimes get the question of why the shovel blade is made from molded polypropylene plastic and not metal. The blade needs to withstand hundreds of pounds of force from pushing with your body and needs to bend and flex if you hit curbs, edges, or other hidden objects, yet still be light enough to make snow-throwing efficient. Also, plastic glides with less friction and drag, while reducing snow-sticking to the blade.